Hi Leute, ich bin wieder der Max von Harrysportshop. Heute geht es aufs Türchen Nummer 8 zu. Öffnen wir es mal und schauen wir mal was drin ist. Das sieht mir ganz stark nach Wandersocker aus und zwar sind die von der Firma Falke. Der glückliche Gewinner ist der Hannes Prinz. Wir gratulieren dir. Wir gratulieren auch nicht nur dem Hannes, sondern auch Falke. Dies 125 Jubiläum feiert. Wir sagen Dankeschön für euer Geschenk an unsere Kunden und bis später Hannes. Bis die Tage.